Das ist vielleicht ganz interessant, aber... Ne, hören wir uns jetzt nicht an. So, also, wir haben im letzten Stream diese eine Mission fertig gemacht mit dieser eventuell potenziell bösen, gefährlichen Buggy-Stelle. Die ist durch, das heißt, wir können jetzt einfach ganz in Ruhe weiterspielen und sind auf jeden Fall in Akt 2. Das sieht man hier, glaube ich, irgendwie gar nicht so richtig, dass wir jetzt im zweiten Akt sind. Warum ist eigentlich mein Inventar schon wieder so voll? Habe ich wieder mehr Klamotten, als ich eigentlich habe? Ne. Wo war's das? Da hat's mal ein cooles neues Outfit, würde ich sagen. Ich habe da so eine Idee. Ziehen wir die Jacke an. Das Oberteil. Nein. Ein bisschen mehr an haben, wäre schon gut. Äh... 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 Das ist ziemlich cool. Einfach mal ein neues Aussehen. So. Wir haben keine ungelesenen Nachrichten, dann geht's jetzt los. Ich hoffe, ihr hört mich und ihr seht alles. Äh... Es ist voll komisch, jetzt wieder mit Maus und Tastatur irgendwas zu spielen. Letzten Tage nur an der Konsole gesessen. Okay, wir suchen jetzt die Klinik von Fingers. Ich glaube, da waren wir letzten Stream aus Versehen schon fast da. Da musste ich... Als ich einen Ripperdock gesucht habe. Ähm... Da mussten wir wieder umdrehen, dass wir nicht in die Mission laufen. Aber jetzt kommen wir dorthin. Ich habe übrigens noch nicht rausgefunden, ob ich hier irgendwo sehe, wie weit ich mit dem Spiel bin. Ich bin halt so... Ich möchte das immer gern wissen. Das hier oben sagt mir halt nicht viel. Ich meine, dass ich mal irgendwo was gesehen hatte. Ich bin halt so... Ich meine, mal gesehen zu haben, dass ich das irgendwo einsehen kann, wie weit ich bin. Aber ich weiß nicht, wo. Vielleicht sollte ich auch... ...nochmal kurz anhalten und gucken, ob ich was verkaufen kann. Mein Inventar ist schon so voll. Nein. Ich habe bestimmt noch ein paar Waffen, die ich nicht brauche. oder können wir eigentlich auseinander nehmen weil ich die hatten visier oder fernrohr drauf die sieht voll cool aus die möchte ich eigentlich gern behalten weil ich nicht weiß ob ich die jemals einsetzen werde ich weiß immer nicht also die ist ausgerüstet hier unten dieses blaue ding sie boom sie jetzt hat viel weniger schaden als die die ich ausgerüstet habe die waffe mir geht es ja immer um schaden ich will einfach ist die blöde umfallen hier sind alles katana das sieht voll schön aus aber das was ich habe ist besser also ist halt ikonisch das heißt ich kann das verbessern das ist nicht ikonisch das ist aber schön muss doch mehr verkaufen ich bin immer noch bei 140 von den wahrscheinlich die ganzen klamotten die ich auch einstecken habe ich hätte es tut mir leid ich muss klamotten einlagern ich bin gillian jordan wissenschaftler von bei den zerstörungen durchbruch im kampf gegen multiple sklerose bekannt gegeben nicht dass wir kämpfe doppelt machen werden kann indem man betroffenes gewebe durch implantatechnologie ersetzt experten bei bio da ist es gelungen naniten zu entwickeln die durch eine injektion ins rückenmark konstante langzeitwiederherstellung des nervengewebes ermöglichen die kosten dieser modernen behandlungstherapie werden mit um die 700.000 euro dollar pro monat beziffert aus dem weg ich muss schnell nach hause bei den polizisten dort haben wir auch noch eine nebenmissionen die wir machen irgendwie ist die tür zu meiner wohnung immer offen die lagern kann auch die klamotten die ich an habe auch einlagern oder habe ich jetzt noch was an ja guck mal so sieht doch besser aus ich habe jetzt alles hier gelassen was ich jetzt nicht brauche waffe kann ich hier gerade keine ziehen aber ich habe die drei dabei so jetzt geht es los tschuldigung ich habe heute schönes gemacht habt ihr noch was vor und habt ihr gut geschlafen nico wie läuft elvenring es gibt so viele fragen und so wenig antworten ich habe ein lager moment ich habe ein lager an meinem auto das ist ein bisschen anstrengend dass hier immer der auspuff so knallt das ist ein lager das ist ein lager Es ist super doof, darin man fährt. Ich schlafe schlecht, super, sehr gut. Diese Cartoons sind doch ziemlich... Ja, obwohl ich Elden Ring nicht gespielt habe, finde ich, das passt aber auch zu so vielen anderen Spielen. Ich liebe halt die Folge mit dem Kameramann. Das ist einfach das Beste. Ich habe nichts Besonderes gemacht und auch nichts Besonderes mehr vor. Ich habe ein bisschen Paläopines gespielt. Und macht es noch Spaß? Bist immer noch froh, dass du das Spiel gekauft hast? Der hat dich gratis gechippt! Ich habe tatsächlich heute früh eine Stunde Assassin's Creed gespielt. Ich habe aber nur so Sammelkram ein bisschen gemacht. Ich habe dann noch ein bisschen Diamond Painting gemacht. Und ein bisschen Twitch nebenbei laufen gehabt. Bis dann auch die Streams, die ich so gucken konnte, angefangen haben Assassin's Creed zu spielen. Da musste ich wegschalten. Ja, noch mich zu meinen Eltern. Und jetzt bin ich hier. Ich suche einen Ripper-Doc, nennt sich Fingers. wo finde ich den und warum geht sich nichts an weil ich das will und jetzt gehen wir aus dem weg so redet niemand mit lil loco so geht das was sie fertig werden wo was das für eine waffe haben ja gerade ausgemistet sie haben ihre unterwäsche verloren nehmen wir jetzt wieder ein paar waffen mit würde ich sagen ist hier noch lud nie hat ein paar schwächen die man in der demo so noch nicht sehen konnte aber insgesamt macht schon spaß okay das ist die hauptsache endringen kriegt halt dazu an die welt zu erkunden und dafür wirst du mit geheimnissen boss kämpfen neuen waffen und sehr schön landschaften belohnt die landschaften würde ich auch nehmen der Ja. Ist hier richtig? Was? Was zum Teufel ist hier los? Was? Noch mehr von der Sorte? Oh, du bist schon da. Hättest ja sagen können, dass du kein Fan von Türen bist. Johnny, du schon wieder... Krammen. Was für ein Saustall. Können wir hier entweder ein Radio oder ein Fernseher mal irgendwie ausmachen? Das ist mir hier ein bisschen zu viel Geräuschkulisse. Herr Doktor. Wir haben ein paar Fragen. Je schneller du antwortest, desto schneller kannst du dich um deine Patienten kümmern. Klingt durchaus plausibel. Da kann ich nichts gegen sagen. Wie unverschämt. Wie du siehst, wird meine Patientin hier etwas nervös, wenn ich die Hälfte ihres Gesichtes weglasse. Fehlt einfach der Unterkiefer. Der obere Liedretraktor der Gesichtsplatte ist im Arsch. Sie wird ihr Auge nicht richtig schließen können. Denkst du, das weiß ich nicht? Leider muss ich mit diesem Zeug aus zweiter Hand improvisieren. Das sieht eher aus wie aus dritter oder vierter Hand. Nun, die Alternative wäre gar kein Augenlid und keine Gesichtsplatte. Ich suche ein Mädchen namens Evelyn Parker. Sie kam hier in deine Klinik. Gut. Aber ich muss erst eine OP beenden. Dürfte ich wohl bitte? Gut, ich warte. Jetzt musst du ein tapferes Mädchen sein. Könnte ein bisschen wehtun. Nur noch ein Sekündchen durchhalten. So. Wie fühlt sich das an? Gut, denke ich. Ich würde auch sagen, gut und gehen. Sieht auch gut aus. Und ein Lächeln tut niemandem weh, Schätzchen. Wie beim Friseur. Wenn der Friseur fragt und wie gefällt es und es dir einfach gar nicht gefällt und du sagst, ja, ist schön, danke. Seid ihr Tiger Claus? Ich habe all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mox. Mox, sag das doch gleich. Also, was führt euch her? Hab gehört, du hilfst den Mädchen aus der Gegend. Kinder spielen nicht gerne mit kaputten Spielzeugen. Wenn die Haut schlabbert, die Löcher ausleiern und die Implantate nicht funktionieren, dann... Nun, du verstehst. Wer für Ware bezahlt, will gute Qualität. Das Einmaleins des Konsumismus. Ich bitte dich. Auf Schrottplätzen gibt es bessere Qualität als hier. Ich war früher mit Nomaden unterwegs. Sparsame Leute. Die würden nichts wegwerfen, was nicht aufgebraucht, tot, irreparabel oder nicht mehr anderweitig einsetzbar wäre. Aber was du diesen Mädchen gibst, das würden nicht mal Nomaden anfassen. Ach, bitte. Jetzt übertreib mal nicht. Ich gebe ihnen, was ich kann. Sucht ihr eine Freundin? Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die besten, die sie kriegen können. Hm? Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer irgendwas zu bieten. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Sucht ihr eine Freundin? Kannst du mal Füße waschen. Schönheits-OP? Ja. Kannst du nicht reden oder was? So wie er sagt, ja. Hab ich dir schon gesagt, ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so. Ich widme mich mit Leib und See und jeder Einzelne von dir. Entschuldigung. Ich bin doch kein Metzger. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Umschmeiß. Ich würde euch gerne die Klinik zeigen, aber vielleicht später. Natürlich. Ich kann mich nicht an alles und jeden erinnern. Nicht mal an so ein exquisites Ex... Du bist nervös geworden, als ich ihren Namen erwähnte. Also tu nicht so. Ich weiß, du erinnerst dich an sie. Ich... Ich habe eine neurologische Störung. Das sind nur Ticks von mir. Wirklich. Ich wünschte, ich wüsste, wen du meinst. Forrest. Sagt dir der Name was? Nein. Sie nennen ihn Woodman. Arbeitet im Puppenhaus. Du... Du hast mit ihm geredet? Sieht aus, als ob in der Dusche jemand steht. Oder? Das ist ein bisschen seltsam. Ich mochte Woodmans Tonfall nicht. Also habe ich dafür gesorgt, dass er für eine Weile nicht reden kann. Du bist mir übrigens nicht viel sympathischer. Also pass auf, was du sagst. Die arme Kleine. Ich wollte ihr helfen, wirklich. Aber diese Einrichtung ist nicht gerade gut ausgestattet. Du meintest, du konntest ihr nicht helfen. Was stimmte denn mit ihr nicht? Also, wenn ich das wüsste, würde sie sicher fröhlich strahlend hier stehen. Das Instruktionsregister auf ihrem Chip war total verkohlt. Hab sie ausgetauscht. Hat nichts gebracht. Der Schaden kam von einem Netrunner mit Malware-Marke Eigenbau. Ja, klingt plausibel. Komm zum Punkt. Den Punkt. Den Punkt? Ah ja. Nun, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie ist. Schluss mit den Scheißlügen! Was hast du Freak mit ihr gemacht? Entweder legst du dieser Kreatur einen Maulkorb an, oder du schläfest sie ein. Mit ihrem Raum kann man sich nicht unterhalten. Sprich nicht so mit ihr. Sie hat mich beleidigt. Hör zu. Je eher du redest, desto schneller bist du uns wieder los. Also, Evelyn Parker, wo ist sie? Sie ist auf dem besten Weg, der neue Nachwuchsstar für Underground Braindances zu werden. Das ist alles, was ich weiß. Bist du dir da sicher? Ich hatte sie vier Tage hier. Sie war bewusstlos. Schlummerte süß im Land der Träume. Quasi die ganze Zeit. War keine Pyjama-Party mit Kissenschlacht. Und wir haben auch nicht abgemacht, für immer Freunde zu bleiben. Was meinst du mit Underground? Keine Ahnung. Ich meine, ich guck mir so einen Kram nicht an. Snuff? Expedies? Ich sag doch, ich weiß es nicht. Wo finden wir sie? Wie oft muss ich es noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich, ich hab getan, was jeder an meiner Stelle getan hätte. Als mir klar wurde, dass ich ihr nicht helfen kann, da hab ich meinen Fixer angerufen. Zwei Typen haben sie noch am selben Tag abgeholt. Kommt wie der Stuhle mal knarrt, wenn er sich umsetzt. Einen Finger nach dem anderen abschneiden und irgendwann spricht er schon. Nein, nicht die guten Finger. Wie lange schöne Nägel er hat. Wen hast du angerufen? Wer ist dein Fixer? Wacka Ko. Wacka Ko. Hab ihr gesagt, ich hab ne kaputte Puppe mit nem BD-Implantat für sie. Wo haben sie sie hingebracht? Ich hab doch gesagt, ich weiß es nicht. Sie waren nicht gerade gesprächig und ich bin kein Idiot. Solchen Leuten stellt man keine Fragen. Du bist kein Idiot? Was glaubst du, warum all die Mädchen hierher kommen und sich von dir begrapschen lassen? Weil du so nett und liebevoll bist? Sie machen's, weil sie keine andere Wahl haben. Und sie verachten dich. Sie riechen, wie erbärmlich du bist. Diese Typen, wie sahen die aus? Wie du, ich und jeder andere in dieser Stadt. Wirklich? Sie sahen aus wie du, ja? Sie sahen aus wie Typen, die man besser nicht anguckt. Aber... Einer von ihnen hat ein Bart. Ein Bart? Die beiden Typen, die sie abgeholt haben, haben nicht gesagt, wo sie sie hinbringen und was sie mit ihr wollen? Haben was über Virtus mit... mit einer Motte gefaselt. Meinten, dass sie perfekt dafür wäre, was immer das heißen mag. Aber das ist alles, was ich weiß. Du Arsch, hast sie verscherbelt, als wär sie ne verdammte Gummipuppe! Naja, weil sie genau das war. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Ich musste! Hat er nichts zum Looten oder hat es sich überhaupt nicht gelohnt? Gut. Ich glaube, sie können nach Hause gehen übrigens. Ich glaube, der... Arbeitet heute nicht mehr. Ich habe sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Keine Angst, wir finden sie. Ganz sicher. Wir finden nur, was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey! Reiß dich zusammen! Willst du jetzt aufgeben? Nein. Unsere einzige Spur ist ein Expedie. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas, egal wie unwichtig es scheint. Hör zu. In dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber Expediemacher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas ruhiges, abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssen das echte Vollidioten sein. Hast du eine bessere Idee? Habe ich. Eine Domain namens Pleasures of Night City. Gibt einen Ableger davon im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches.